Freitagmorgen und damit Zeit für die News. Ich bin heute allein. Nichtsdestotrotz gibt's die News aus der Brettspielwelt. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde des gefliegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel-News. Wie jede Woche Freitag frisch zusammengetragen. Ich würde sagen gerne mit Dennis und mir. Aber Dennis hat diese Woche irgendwie leider keine Zeit und lässt mich schon mal so ein bisschen Luft schnuppern, wenn er dann für drei Wochen weg ist und ich drei Wochen die News alleine machen darf. So, wir legen los in eigener Sache. Da ging ein Video online zum Deutschen Spielepreis und damit machen wir direkt den Handover zur Szene. Nämlich auch Deutscher Spielepreis. Die Plätze 1 bis 10 sind bekannt gegeben worden, wobei noch nicht klar ist, was nun tatsächlich den DSP gewinnt. Entweder die Weiße Burg, Mischwald oder Sky Team. Das sind die drei Spiele, die zur Auswahl stehen. Die Plätze 4 bis 10 haben Steffen, Dennis, Flo und ich auch in einem extra Video beleuchtet. Und da gibt es sogar ein Gewinnspiel dazu. Da lohnt es sich reinzuschauen. Das habe ich euch auch nochmal extra verlinkt an dieser Stelle. Schaut da rein, macht beim Gewinnspiel mit. Abonniert gerne unseren Kanal und verpasst keine Videos mehr. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen und von Brettspielen begeistern können. Weitere Videos, die von uns in den nächsten Tagen folgen werden. Da haben wir zum einen am Samstag ein Speeddating und am Sonntag startet die zweite Staffel. Die zweite Staffel, meine Damen und Herren, der Top 5 Spiele der Mitspielerinnen und Mitspieler der Brettspielsuchtis. Und diese Staffel, ja, läutet Ines ein. Am kommenden Sonntag mit dabei sein werden noch drei Herren. Zwei Mitspieler von Flo und der liebe Michael. Seid gespannt, was die, habe ich Michael gesagt? Nils, Nils wird mit dabei sein. So durcheinander bin ich. Irgendwie liegt das an den Temperaturen. Seid gespannt, was diese vier in Staffel 2 an Lieblingsspielen präsentieren. An Staffel 3 wird bereits geschraubt. Auch hier ist die erste Folge schon im Kasten. Gehen wir weiter mit den Meldungen. Zum einen der Pegasus Designer Day. 24. bis 26. September. Pegasus sucht wieder kreative Köpfe. Hier haben Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, Spielideen zu präsentieren, Feedback einzuholen. Und ja, die Gelegenheit maximal zwei Spiele anzumelden. Nur Familien- und Kennerspiele werden dieses Jahr gesucht. Gerne auch natürlich mit originellen und innovativen Ideen. Jetzt kommen wir, wie jede Woche, in den Bereich der Crowdfunding-News. Und normalerweise wäre hier Dennis dafür zuständig. Heute mache ich das und ich habe hier ein Spiel von Skellig Games. Und zwar Norseaman. Bereise die Welt, gründe Siedlungen, lasse deinen Stamm gedeihen. Das faszinierende neue Eurogame in der Welt der Wikinger. Ja, manche Kolleginnen und Kollegen konnten sich das Ganze schon anschauen. Wir bislang leider noch nicht. Hat auch das Finanzierungsziel souverän erreicht. 10.000 Euro ist natürlich auch ein relativ kleines Finanzierungsziel. 18.800 stand am Donnerstagabend und Nachmittag zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ein Spiel für ein bis vier Spiele. Zwei Stunden Spielzeit ab zwölf Jahren. Hier seht ihr ein bisschen was. Glossy Spot on the Box. Okay, als Stretch Goal. Wir haben hier dann was, worum handelt es sich. Ein bisschen was zum Spielmaterial. Es wird über fünf Runden gespielt. Und in drei Zeitaltern. Und das Ganze kann man jetzt unterstützen. Für 45 Euro erhaltet ihr das Spiel. Der Kollege Sven hat es schon spielen können. Natürlich gibt es wieder Upgrade Packs. Wie hier Inserts from Poland Games. Ah, E-Raptor. Okay, klar. Kennt man. Dann natürlich Metal Coins. Das muss ja heutzutage schon echt mit dabei sein. Ja, More Wood Please mit mehr Holz gibt es die Variante für 51 Euro. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit mit Player Mets. Das Ganze kostet dann 58 Euro. Die Metal Coins 65 Euro. Also ihr seht, verschiedene Boxen möglich. Oder auch die Möglichkeit, Einzelnes nachzubestellen. Der Blick in die Spieleschmiede zeigt uns Verdun. Die Schlacht um Verdun. Historisches Stichspiel für zwei oder vier generell ab zwölf Jahren. Das Ganze hat sein Finanzierungsziel auch schon erreicht. 900 Euro. Wollte man wirklich nur 900 Euro? Ist das ein Druckfehler? Schon längst überschritten. 37 Euro kostet Verdun Deluxe. Und man kann ja auch noch natürlich, wie es in der Schmiede häufig der Fall ist, zusätzliches mit dazu buchen. Und schnell aufgebaut, wählt euer Ziel, spielt euren Strich und berechnet das Ergebnis. Erleitet Verluste. Und ja, mal etwas anderes Thema für ein Stichspiel. Marajoara. Das ist ein Spiel mit vielen Würfeln. Das gibt es für 36 Euro aktuell zu unterstützen. Und wir verwalten ein Museum, in der eine Sammlung von Vasen stehen, die durch Würfel repräsentiert werden. Und wir versuchen, diese zu restaurieren und auszustellen. Ich muss sagen, irgendwie spricht mich das Ganze überraschenderweise mehr an, als ich gedacht hätte. Mit Hauptaktion, Nebenaktion, restaurieren an der großen Vase. Und wir haben hier auch eine Ausgrabungsstätte, wo man entsprechend die Würfel reinkommt. Sieht ja schon irgendwie fancy aus. Ja, das zum Bereich der Crowdfunding-News. Gehen wir in den Bereich der Verfügbarkeiten. Und da sind wir im Spieltraum-Shop angekommen. Hier sehen wir folgende Spiele neu. Das ist Robot Quest Arena auf Deutsch. Links. Battle Royale. The Gang. Und AI Puzzle. Von Portal Games. The Gang haben wir jetzt tatsächlich in den letzten Wochen schon einige Male spielen können. und hat uns überraschend gut gefallen. Das ist Poker-Kooperativ für drei bis fünf Karten, Freunde. Ja, sehr cooles, sehr cooles System. Chips sind wertiger, als man es auf den Bildern vermuten lässt. Als es auf den Bildern vermuten lässt. Kommen wir zu den Ankündigungen. Da habe ich Nebelwind für euch. Ein gut bewertetes Kennerspiel, das im September auf Deutsch beim Spiel das Verlag in den Handel kommt. Aktuell ein Board Game Geek Ranking von 7,9 Punkten. Der UVP liegt bei 109,90 Euro. Das ist schon ein Brocken. Bekommt man aber auch einiges an Material mit sehr viel Plastikminiaturen. 1 bis 5 Personen. 75 bis 120 Minuten Spielzeit. Ja, hier seht ihr ein bisschen was. Und ich gehe davon aus, wir werden auch von dem Spiel berichten. Cäsar und Kleopatra erfährt ein Reprint, dieses Jahr eine Neuauflage. 1997 erschien das erstmals bei Cosmos, wurde 1998 zum Spiel des Jahres nominiert. Und wird nun mit neuer Grafik neu erscheinen. Ende September soll das Ganze verfügbar sein. Eine neue Erweiterung wird es geben zu Eichenova. Das sind neue Spielpläne und die tragen den Titel zu Map Pack 2. Und ja, da bin ich gespannt drauf. Das muss einfach eingetötet werden auf der Messe. Das hier kam tatsächlich letzte Woche noch ganz kurz nach dem Drehen der News rein. Tauschrausch. Ich hatte es letzte Woche von Stonemaier Games als Stamp and Swap Neuheit angekündigt. Das wird auch direkt bei Feuerland natürlich. Hänger im Kopf, ja. Tauschrausch wird bei Feuerland erscheinen. Bei dem wir Briefmarken im Spiel tauschen für 1-5 Personen, 20-60 Minuten. Und es ist vom gleichen Autor wie Hannibas. Nur falls man da einen Bezug zu hat. Nach drei Runden möchte man die schönste Sammlung haben. Ich werde es auf jeden Fall anschauen. Zu den Schnipseln diese Woche. Kommt hier Time Trouble daher. Da war ich erstmal total überrascht, das zu sehen. Weil ich das bislang noch nicht auf dem Schirm hatte. Dass Hans im Glück tatsächlich hier ein sehr optisch untypisches Spiel zu Spiel angekündigt hat. Für 2-4 Spieler ein 20-Minuten-Spiel. Ja, sieht eher quietschig familiär aus. Des Weiteren gibt es hier einiges zu Ravensburger Neuheiten. Wobei man hier aufpassen muss bei Board Game Geek, dass manches nur auf Englisch erscheint. Also hier einiges an Ankündigungen. Mannefer oder Mannefer. Das ist ein Spiel, das ja quasi Along with Sabica. Okay. Eine Serie an Spielen. Und das ist wohl in Arbeit noch. Das sieht mir hier ein bisschen nach Diary aus. Autoren-Diary. Genau. Einiges. Und dann haben wir hier Playing on Hard Mode. Ah, okay. Jede Menge Designers-Geschichten. Beziehungsweise hier jetzt in dem Fall zum Beispiel Infos zu King of Tokyo. Duell. Weitere Designers-Diaries hier zu So You've Been Eaten. Also ihr merkt eher etwas Verhalten jetzt im Vorfeld zu Spiel und eher so ein bisschen Background-Story zu diversen Spielen. Wie auch hier jetzt zum Beispiel weitere Designers-Diaries. Wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe es euch verlinkt. Zu guter Letzt gehen wir noch bei Board Game Arena reinschauen. Und da ist neue Glass Road von Uwe Rosenberg. Das kommt auch dieses Jahr überarbeitet als Black Forest raus. Auch neu dabei die Mountain Goats. Wo ich persönlich für mich beschlossen habe, nach zwei Partien online und die letzte Partie am Brett, die auch mehr so meh war, dass dieses Spiel gehen darf. Newton als ein Apfel seine Aufgabe erfüllte. Sehr witzig. Und Glück auf! Grama, Kiesling, Cole Baron. Das kommt ja auch neu wieder raus. Und ja, das zum Thema Board Game Arena. Ja, an dieser Stelle danke fürs Einschalten, danke fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Vergesst nicht unser Gewinnspiel, schaltet da auf jeden Fall rein. Nehmt an einem, ja wie soll ich sagen, am Gewinner des Deutschen Spielepreises Gewinnspiel teil. Denn wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen, mehr dazu im Video, dann entsprechend den Gewinnertitel. Ja, habt ihr Meldungen diese Woche, die euch untergekommen sind? Scheut euch nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Dann kann ich gegebenenfalls da nächste Woche noch drauf eingehen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, was kommt bei euch dieses Wochenende auf den Tisch? Ich habe spielerischen Besuch. Ich hoffe, dass wir viel spielen können dieses Wochenende. Und wünsche euch jetzt eine gute Zeit, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.